Ein gebrauchter Ford Focus steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 24.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2014. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, ESP, Navigationssystem, Wegfahrsperre, Bordcomputer und vieles mehr. Unter der Haube gibt der äußerst sparsame Diesel eine Leistung von 120 PS an ein 6-Gang-Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 3,8 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 18.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.